Hallo, was wollt ihr denn? Wissen Sie, wie viel auf wir haben? Ja, geht mal schnell nach Hause und fragt deine Mutter, wie spät du ist. Ja, die ist nicht da, deswegen wollte ich das fragen. Ja, dann geh zu deiner Oma, mach da, da willst du. Dann schick ich euch mal eine Polizei um, weil sie gab nämlich schon mehr von einstür. Von uns? Ja, ja, nur, dass ihr Bescheid wisst, darum reagiere ich auch so. Ja, okay. Was haben Sie denn von... Ja, ja, warte mal. Warte mal ab, warte mal ab, was macht ihr denn hier, was wollt ihr denn? Ja, wir wollen fragen, wie viel Urlauben. Ja.